Hallo Mom, ich bin dein Sohn. Ich gab meinen Sohn auf, weil man mir weismachte, dass ein uneheliches Kind sämtliche Regeln des Anstands verletzte. Ich greife in meine Jacke und zeige ihr das Messer. Ich lasse sie aus der Nähe betrachten. Ich befehle ihr, kein Wort zu sagen und nicht einmal daran zu denken zu schreien oder zu fliehen. Ich bin nicht nur ein Adoptivkind, ich habe selbst ein Kind zur Adoption freigegeben. Sie weint und zittert und versucht, ihre Hand wegzuziehen. Aber ich bin von großer Überzeugungskraft und ich habe jede Menge Übung, jede Menge Mütter. Ich adoptiere jedes Mal eine neue, wenn ich den Drang verspüre. Ich habe meinen Sohn an das geschlossene Adoptionssystem weggegeben. Und auf die eine oder andere Art suche ich seitdem unablässig nach ihm. Ich flüstere in ihr Ohr. Ich sage ihr, dass ich sie sehr vermisst habe, aber sie antwortet nicht. Sie ist, schlicht gesagt, nicht bei sich in diesen ihren letzten Augenblicken. Ich sage dir, dass ich dich in diesenspeichen, dass ich sie frage, und ich sie von dieser Art sohn in diesen Augenblicken. Ich denke, dass ich es nicht so einfach sein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin über 200 Tonnen Tag. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin.